Die Mannschaften werden an weit entfernt gelegenen Einsatzstellen mit der Wohlgangsbahn gefahren. Schwarzstühle verbinden die verschiedenen Stockwerke. In den Hohlgängen verlaufen Licht- und Fernsprechkabel und Leitungen für Luft und Wasser. Die Unterkunftsräume sind zur Unterhaltung der Mannschaften mit Rundfunk ausgestattet. Die Lautsprecheranlage dient auch zur Befehlsübermittlung. Achtung, Achtung, Merkbefehlen! Wir rufen 4, 6, 7, Essen-Ausgabe 12.45 Uhr in Küche 2. Vorratskammern und Küche sind so gut bestellt, dass jeder Soldat Tag für Tag sein gut zubereitetes Essen erhalten kann. In jedem Werk vorbildliche hygienische Einrichtungen. Jedes Werk hat seine eigenen Sanitäts- und Verbandsräume. Jedes Werk hat seine Verkehrszentrale und ist durch bombensichere Gabelnetze und andere Nachrichtermitteln mit den entferntesten Beobachtungsposten verbunden. Maschinenräume versorgen die gesamte Befestigungsanlage unabhängig von der Außenwelt mit Luft, Licht, Strom und Wasser. Befestigungsanlage 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 Befestigungsanlage